Im letzten Video zur analogen Rundfunktechnik haben wir uns über das Superhead-Prinzip unterhalten. Heute befassen wir uns nochmal mit den Überlagerungsempfängern. Als Vorbereitung könnt ihr euch die Videos zum Superhead und allgemein zur Amplitudenmodulation zu Gemüte führen. Heiko Jahn hat in den Kommentaren angemerkt, dass ihm in dem Zusammenhang eine besondere Art des Überlagerungsempfängers gefehlt hat, mit dem man mit wenig Aufwand gute Empfangsergebnisse erreichen kann, der aber auch seine Probleme mit sich bringt, der Direktmischempfänger. Darum lohnt es sich, darüber ein gesondertes Video zu machen. Beim letzten Mal wäre das vielleicht etwas viel und vielleicht auch verwirrend gewesen. Und eigentlich gehört da auch nicht unter die Überschrift Heterodyneempfänger, aber dazu gleich mehr nach dem Vorspann. Herzlich Willkommen. Ja, die alternative Bezeichnung des Direktmischers ist Homo-Dyn-Empfänger und gibt schon einen Hinweis auf den Unterschied zum Superhead. Der Begriff Hetero bedeutet verschieden und steht beim Superhead dafür, dass zwei unterschiedliche Frequenzen miteinander gemischt werden, wodurch eine weitere Frequenz entsteht, die Zwischenfrequenz. Homo-Dyn bedeutet, dass im Direktmischempfänger zwei gleiche Frequenzen gemischt werden. Welchen Sinn macht das? Im Video zur Amplitudenmodulation hatte ich ja gesagt, dass man die Demodulation mittels Diode auch als erneute Modulation an der nicht-linearen Kennlinie der Diode verstehen kann. Das AM-Signal wird mit sich selbst moduliert, bzw. der Träger mit den Seitenbändern. Und als Differenz entsteht die aufmodulierte Niederfrequenz. Nach dem Prinzip arbeitet auch der Direktmischer, in dem das Empfangssignal mit einer Oszillatorschwingung auf der Trägerfrequenz gemischt wird, wodurch im Mischer direkt die Niederfrequenz entsteht. Um gegenüber dem Geradeaus-Empfänger eine höhere Empfindlichkeit und Trennschärfe zu bekommen, wird beim Superhead das Empfangssignal auf eine kleinere Frequenz umgesetzt und auf den Zwischenfrequenzverstärker gegeben. Beim Direktmischer entfällt der. Genauso wie der Demodulator. Denn aus dem Mischer kommt bereits das demodulierte Signal. Die gesamte Verstärkung und Selektion muss jetzt der Niederfrequenzverstärker übernehmen. Beim Superhead konnten wir die Zwischenfrequenz nicht beliebig klein machen, damit der Eingangskreis die Spiegelfrequenz herausfiltern kann. Beim Direktmischer bekommen wir jetzt praktisch die kleinstmögliche Zwischenfrequenz, nämlich 0. Dass das nicht ohne Probleme bleibt, kann man sich denken. Sehen wir uns an, was bei den verschiedenen Modulationsarten beim Direktmischerempfänger passiert. Bei der Zwei-Seiten-Band-Modulation empfangen wir die Trägerfrequenz und ein oberes und unteres Seitenband mit identischer Information. In unserem Beispiel nehmen wir mal einen Sender auf 1 MHz an. Bei 9 kHz Bandbreite belegt der Sender die Frequenzen zwischen 995,5 und 1004,5 kHz. Der Oszillator wird jetzt auch auf 1 MHz abgestimmt und geht mit dem Eingangssignal in den Mischer. Sowohl mit dem unteren als auch mit dem oberen Seitenband entsteht als Differenz ein Niederfrequenzsignal von 0 bis 4,5 kHz. Beide Seitenbänder werden im Frequenzdiagramm praktisch übereinander geklappt. Natürlich entstehen auch die Summenfrequenzen, die aber um die 2 MHz liegen und leicht unterdrückt werden können. Ein Sender, der 10 kHz höher sendet, also auf 1010 kHz, wird vom Eingangskreis nicht ausreichend gedämpft und erzeugt im Mischer Frequenzen zwischen 5,5 und 14,5 kHz und würde stören. Verhindern kann man das mit einem sehr steilen NF-Filter, welches Frequenzen oberhalb 5 kHz zuverlässig unterdrückt. Entscheidend ist, dass die Oszillatorfrequenz exakt auf der Trägerfrequenz liegt. Weicht sie nur geringfügig, zum Beispiel nach oben ab, sind die Mischfrequenzen aus dem oberen Seitenband zu tief und die aus dem unteren zu hoch. Außerdem würde die Differenz zwischen Träger- und Oszillatorfrequenz einen Störton verursachen. Deshalb lässt man den Oszillator auf den empfangenen Träger einrasten. Man nennt das Prinzip darum auch Synchron-Demodulation. Ein-Seiten-Band-Modulation bedeutet, der Träger und das zweite Seitenband werden nicht übertragen. Der Träger wird durch die Oszillatorfrequenz ersetzt und bei der Mischung mit dem empfangenen Seitenband entsteht wieder direkt die Niederfrequenz. In unserem Beispiel wurde das untere Seitenband gesendet. Ist der Oszillator auf eine Frequenz auf der anderen Seite des Seitenbandes abgestimmt, entsteht ebenfalls ein NF-Signal, allerdings mit umgekehrter Frequenzlage und deshalb unverständlich. Jeder Sender erscheint also zweimal auf der Skala. Der Begriff Spiegelfrequenz ist hier in dem Zusammenhang nicht ganz richtig, denn beim Direktmischer sind Empfangs- und Spiegelfrequenz, so wie wir sie beim Superhead verstehen, identisch. Man spricht besser vom falschen oder unerwünschten Seitenband. Im Amateurbereich könnte man ja mit so einem Doppelempfang durchaus leben. Schwierig wird es allerdings, wenn ein benachbarter Sender im Bereich des fehlenden Seitenbandes liegt. Der gelangt jetzt auch auf den Mischer und erzeugt eine Niederfrequenz im gleichen Bereich wie unser Nutzsignal. Da hilft auch kein NF-Filter, um ihn zu eliminieren. Mit etwas mehr Aufwand kann man sich aber vom unerwünschten Seitenband befreien. IQ steht nicht für Intelligenzquotient, sondern für In-Phase und Quadratur. Was wird gemacht? Man baut einen zweiten Direktmischempfänger und das Eingangssignal wird gleichmäßig auf beide verteilt. Der zweite Mischer bekommt aber die Oszillatorschwingung um 90 Grad phasenverschoben. Man könnte auch sagen, der eine bekommt den Sinus und der andere den Cosinus. In einem Kanal wird die Niederfrequenz jetzt nochmal um 90 Grad phasenverschoben. Das führt dazu, dass die Mischfrequenzen von unterhalb der Oszillatorfrequenz gegenüber dem anderen Kanal um 180 Grad Phasenverschoben sind, die Frequenzen oberhalb der Oszillatorfrequenz aber 0 Grad Verschiebung haben. Beide Kanäle werden wieder zusammengeführt und je nachdem, ob sie addiert oder subtrahiert werden, wird entweder das obere oder das untere Seitenband ausgelöscht. Ganz so einfach, wie es sich anhört, ist es aber nun auch wieder nicht. Die Phasenschieber bestehen aus RC- oder LC-Gliedern, deren Phasendrehung frequenzabhängig ist. Die 90 Grad Phasenverschiebung ergibt sich nur bei einer bestimmten Frequenz. Wir brauchen sie aber über den gesamten NF-Bereich. Wir müssen also die Frequenzabhängigkeit irgendwie kompensieren. Das würde man zum Beispiel so machen, dass man in beide Kanäle Phasenschieber mit identischem Frequenzgang einfügt, wobei der eine eine Phasendrehung von minus 45 Grad und der andere von plus 45 Grad erzeugt, was immer eine Differenz von 90 Grad ergibt. Wir sind jetzt das unerwünschte Seitenband los, aber den Vorteil des einfachen Aufbaus des Direktmischers auch. Deshalb wurde das Prinzip in analogen Empfängern eigentlich nur im Amateurbereich eingesetzt. Mit digitalen Empfangsprinzipien wie Software-Defined Radio ist der Aufwand jetzt leichter beherrschbar, da die Signalverarbeitung per Software erfolgt und so das unerwünschte Seitenband einfach herausgerechnet werden kann. Deshalb erlebt der Direktmischer gerade eine Renaissance im Empfängerbereich. Für mich wieder ein Beispiel, dass man nie sagen sollte, eine Technik sei überholt oder uninteressant. Bleibt noch die Betriebsart Telegraphie. Hier läuft der Oszillator leicht neben der empfangenen Trägerfrequenz, um im Mischer die Morstöne als Differenz beider Frequenzen zu erzeugen. Auch hier gibt es wieder zwei Empfangstellen, unterhalb und oberhalb des Trägers. Der Empfänger nimmt hier so eine Art Zwitterstellung ein. Einerseits entsteht die NF wieder direkt im Mischer, andererseits ist es streng genommen kein Homo-Dyn-Empfänger mehr. Ich denke, es war eine gute Idee, den Direktmischer nochmal gesondert zu behandeln. Amateurfunker werden da bestimmt einige Erfahrungen mit diesem Empfangsprinzip gesammelt haben. Ihr könnt ja mal etwas dazu schreiben und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017